Ja, unterwegs in den Zentralalpen, hier auf dem Kaiserstuhl, 2400 und ein paar Meter. Blick nach Westen, die Berner Alpen. Links das gewaltige Dreieck, das finster Aarhorn, der höchste Berg der Berner Alpen. Links vorne das Studerhorn und rechts der lange Grat zum alter Aarhorn und zum Schreckhorn. Im Vordergrund die Bergwelt über Engelberg. Weiter rechts das Dreieck, das Wetterhorn über Grindelwald. Und hier weiter rechts, ganz hinten der Miesengrat. Im Vordergrund teilweise sichtbar auch der Brinzergrat. Ein wunderschönes Panorama, ausgezeichnete Bedingungen zum Wandern. Besten Dank, Markus, für den wunderbaren Tag. Vielen Dank.